Dieser Langgabelhubwagen von Jungheinrich ist das Premium-Produkt für den täglichen Einsatz beim Transport langer Lasten oder mehrerer Paletten über kurze Strecken. Durch die extra lange Gabel bis 2,40 m können dabei zeitsparend bis zu drei Paletten verfahren werden. Die Einlaufrollen an den Gabelspitzen und die beiden Tandemrollen erleichtern die Handhabung bei der Schweraufnahme von Paletten. Zudem sorgt der extrem kompakte Vorderbau des Hutwagens für höchste Wendigkeit auf engstem Raum. Der patentierte und ergonomische Deichselgriff gewährleistet Ihnen die bequeme Bedienung in jeder Stellung. Dank des verbesserten Absenkventils ist das Absenken der Transportlast besonders feinfühlig und dosiert möglich. Dieses Markenprodukt von Jungheinrich zeichnet sich durch ergonomische und langlebige Premium-Qualität aus. Durch die dickeren Gabeln, die hinterzogenen Formen und dem härteren Stahl ist der Langgabelhubwagen äußerst strapazierfähig. Er transportiert Lasten bis 2200 kg. Damit ist er perfekt für einen effektiven Dauereinsatz geeignet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017